Es war ein schöner Ort. Ich sagte mir, dass ich hier entspannen könnte und schlafen und meine Arbeit vergessen. Ich dachte, wir könnten hier glücklich sein. Oh, es sieht auch schon cool aus, wie da das Licht durchkommt. Es hat schon was, das Spiel. Es hat schon was. Die Story ist auch cool mit den vielen Zwischensequenzen. Mir gefällt das. Ein bisschen was von Heavy Rain fast. Oh, guck mal, schon wieder Vögel. Was haben wir hier? Die Hirschschwestbesucher trudeln langsam ein. Ich habe gerade einen auf der Fähre getroffen, einen berühmten Künstler. Mal sehen, ob ich Ihnen noch zu einem Interview überreden kann. Jetzt dran an die Telefone. Hallo, Sie sind auf KBF FM. Hallo, Pat, hier ist Rose. Hallo, Rose. Was haben Sie auf dem Herzen? Ich weiß, wer der berühmte Künstler ist. Alan Wake, nicht wahr? Er ist mein Lieblings-Stattsteller. Ich habe ihn gerade im Diner gesehen. Ich freue mich so sehr, dass er hier ist. Er freut sich bestimmt auch hier zu sein. Tja, Freunde, die ganze ist aus dem Sack. Hier ist Batman auf KBF FM und jetzt etwas Musik. Na toll. So viel zur Diskretion. Toll gemacht, Rose. Wir hassen dich. So, was gibt es denn hier unten so? Ich kann mir irgendwas aufmachen. Kaffee kochen. Oh, der Shampoos steht auch schon bereit. Aber ansonsten können wir hier nicht viel machen. Beziehungsweise eher gar nichts, besser gesagt. Alan, ich bin oben. Ich habe eine Überraschung für dich. Oho. Die Jeans ist also schon aus? Also, ähm, hallo? Ich bin nicht die Überraschung. Sie ist im Arbeitszimmer. Sieh nach. Okay. Wieso hängt hier ein Kalender von 1970? Hm. Schlecht siehst du aber nicht aus, Schatz. So, gehen wir mal. Was haben wir denn hier? Überraschung? Alice? Was soll das? Ich muss dir ein Geständnis machen. Ich habe gedacht, dass du hier vielleicht schreiben könntest, dass dir der Ortswechsel hilft. Verdammt, Alice! Du, äh, alle wollen das. Hey, hey, hey! Hör doch mal zu! Es gibt hier einen Arzt, Dr. Hartman. Ich kenne sein Buch. Er hat hier eine Privatklinik. Spezialisiert darauf, Künstlern zu helfen. Willst du dich jetzt einweisen lassen? Nein, so war das nicht gemeint. Das ist... Oh! Das war doch die alte. Da! Lass es! Lass es einfach! Ich will es nicht hören! Verdammt, Alice! Hat er hier gerade auf den Arsch geklopft? Gott, verdammt! Ich wusste, sie würde mir nicht in die Dunkelheit folgen. Ich brauchte Zeit für mich, um nachzudenken. Ah, verdammt! Was? Alles okay, ich komme! Alles okay, ich komme! Alter, was? Lasst mich in Ruhe. Ihr Mistviecher. Ich bin ja schon da. Scheiße. Was zum... Hinterher. Los. Spring. Mit Taschenlampe. Immer weiter. Was? Was? Ach du Scheiße. Ach. Nach dem Unfall im Auto aufzuwachen war wie einen Albtraum gegen den nächsten zu tauschen. Ich wusste nicht, wie ich hierher kam. Ich wusste nur, dass Alice etwas Furchtbares zugestoßen war. Das Telefon war tot. Ich musste zur Fußhilfe holen. Ach du Scheiße, wo sind wir denn jetzt? Ist es nicht einer ihrer Stiefel hier? Bei Alice Sachen war ein Buch. The Creators Dilemma von Dr. Emile Hartman. Das Buch erinnerte mich an meinen Streit mit Alice. Es gefiel mir nicht. Und der selbstzufriedene Typ auf dem Einwand genauso wenig. Oh Mann. Die Tankstelle war meine Chance. Da könnte ich telefonieren. Es sah nach einer langen Wanderung durch den Wald aus. Da ist der Hirsch gewesen. Und schon wieder einer dieser Raben. Eigentlich mag ich ja Raben, aber... Echt? Ach du Scheiße. Das war dann wohl mal unser Auto. Wie kam der da überhaupt hin? Ach da oben. Aber wie kommen wir hier hin? Wir waren doch gerade noch in unserem Haus. Und was ist mit Alice? Sie war doch im Wasser. Und wir sind ihr doch hinterher gesprungen. Und dann die verrückte Alte. Aus dem Diner. Oh Mann. Ist schon echt ein bisschen Psycho hier. Was ist das denn? Das Licht. Wie im Tutorial. Wie im Traum. Papier. Die losen Seiten gehörten zu einem Manuskript mit dem Titel Departure. Das war der Name meines nächsten Romans, den ich nie begonnen hatte. Ich sollte der Autor sein. War es aber nicht. Ich konnte mich nicht daran erinnern. Hier stand, dass der Held nachts im Wald von einem Axtmörder angegriffen wird. Was? Sie haben Manuskriptseiten gefunden. Sie können sie mit F5 aufrufen. So, ähm, wir haben jetzt im Prinzip das Titelblatt und Wake wird von schattenhaften Mördern angegriffen. Die beiden anderen habe ich, ja, ähm, gefunden im Prinzip, als ich das Spiel eben kurz angespielt habe. Also bis zu diesem Punkt war ich schon und auch noch 5 bis 10 Minuten weiter, aber mehr nicht. Also schauen wir uns mal die ersten beiden Manuskriptseiten an. Ja, das ist das Titelblatt. Okay. Sehr mysteriös. Hoffentlich kommt jetzt nicht der Axtmörder um die Ecke. Das würde ich ja gar nicht gut finden. Ach du Scheiße. Gänsehaut. Gänsehaut. Alter, da ist doch ein... Ach nee. Ich dachte, da wäre ein Schatten. Boah. So Psychospiele machen mich immer fertig. Ah, Kontrollpunkt erreicht. Oh. Oh. Lichter vor mir waren ein gutes Zeichen. Vielleicht musste ich nicht bis zur Tankstelle laufen, um ein Telefon zu finden. Ja, das wäre cool. Guck mal, eine Kiste. Ist hier was drin? Eher nicht so, ne? Da ist nix drin. Ist ein Sägewerk hier, oder? Sieht aus wie ein Sägewerk. Oh, was war das denn? Oh nein. Ach du Scheiße. Das ist der Axtyp. Achstyp. Ich bin nicht und sehr. Karstack. Auf mich steht zu. Kommen wir es mal lang. Das ist ja voll das Labyrinth hier. Manuskriptseite. Der Besessene stand vor mir. Ich konnte mich nicht auf ihn konzentrieren, als stünde er in einem toten Winkel wie bei einem Hirntumor oder einer Augenkrankheit. Er blutete Schatten, wie Tinte unter Wasser, eine Blutwolke von einem Haibiss. Ich hatte Todesangst. Ich drückte wie verrückt auf die Taschenlampe, um das Wesen davon abzuhalten, näher zu kommen. Plötzlich tat sich etwas und das Licht schien heller zu leuchten. Puh. Alter, was? Okay. Alter. Der hat eine Axt. Wo ist der? Ich sehe ihn nicht. Wow, direkt da. Schnell ins Haus, schnell ins Haus, ins Licht. Oh. Ich musste hier irgendwie raus. Stucky konnte jede Sekunde mit seiner Axt vor der Tür stehen, wie Jack Nicholson in The Shining. Oh ja. Eine Waffe. Und eine Taschenlampe. Wir wissen, was das heißt. Batterien. Ich brauche mal auch. Munition? Munition. Ein Telefon. Oh. Ach du Scheiße, der hat das Telefonkabel gekappt. Kann ich hier raus? Oh. Oh oh. Alter. Wow. Ich muss hier... Ich muss hier raus. Oh. Au. Oh nein. Was ist das denn? Was ist das denn? Strom. Treten. Okay. Jetzt ist es ganz kaputt. Jetzt haben wir es ganz kaputt gemacht. Super. Pfeil. Wo zeigt er denn hin? Aha. Was sind das für Pfeile? Das Licht meiner Taschenlampe enthüllte schaurige Graffitis. Jemand hatte in ihrer Nähe eine Kiste versteckt. Eine Leuchtpistole. Eine Leuchtpistole mit einem Schuss. Mehr nicht. Munition ist in Alan Wake übrigens meist relativ knapp. Muss man gut mit Haus halten. Zum Beispiel die... Der Wald war der letzte Ort, an dem ich sein wollte. Aber ich hatte keine Wahl. Ich musste zur Tankstelle. Da ist der Raffi bestimmt mitgefahren. Manuskriptseite. Das ist jetzt die hier übrigens. Rose wusste, dass sie in Schwärmerei verfallen war. Doch das war ihr egal. Was sie betraf, war ihr kurzes Treffen mit Alan Wake der Wendepunkt in ihrem Leben. Sie sah zu, wie er mit seiner Frau ins Auto stieg. Sie war hübsch, selbstbewusst, ungezwungen in Wakes Nähe. Nicht wie Rose. Sie passten perfekt zusammen. Sie hätte alles getan, um ihre Freunde zu sein. Alter, der... Der Baggerkran-Dings-Holzbums. Okay, das hier sieht aus wie ein Checkpoint. Kommt jetzt hier was? Alter. Da habe ich mich tatsächlich gerade ein bisschen erschreckt. Alter. Boah, die Gänsehaut, die ich gerade habe. Der Schauer, der mir über den Rücken lief. Na, dann tun wir das besser auch nicht.